moin sens und willkommen zurück zu einer weiteren folge little nightmares für die nintendo switch 6 geschichte haben jetzt schon durch gespielt und jetzt spielen wir kids geschichte durch man kann denken von der letzten geschichte was man will was ist das für einen jungen hinter dieser gelben kapuze es ist ein monster ist es einfach ein zombie man weiß es nicht ist auf jeden fall gerne menschen habe ich mir jetzt mal kids geschichte mal sehen was uns erwartet viel spaß an die ladezeiten gewöhnen uns langsam aber wirklich nur gar langsam gespannt also die geschichte von 6 fand ich schon sehr cool der schluss hat mich nicht ganz so ich weiß nicht was ich davon halten sollte aber vielleicht klärt sich das jetzt ja auf ok ok das 6 ich kann ja so bewegen nach rechts was einer von den jungen der lag natürlich marschiert okay er ist ein bisschen agiler als andere übernicht links dann ist er auch eine puppe das ist noch kurz aber ganz kurz ich glaube ich würde mich nicht festhalten aber eigentlich geräusche mal gucken wir mal in diese richtung weiter da läuft der typ wenn wir jemand empfangen hätten nicht so cool ist wir uns nicht fangen darum wieder hier die letzte geschichte haben wir den ja ganz gut erledigt jetzt ist er wieder da beziehungsweise wir spielen ja wahrscheinlich entweder davor oder mittendrin in dem bereich jetzt runter ah guck mal wir waren in die ähnlichen shit war der schnell aber wie gesagt wir sind in den ähnlichen räumen drin wie auch der 6 rumlief gruselig mal sehen was passiert ach diese ladezeiten leute diese ladezeiten ja ja so warte jetzt ok runter aufs bett komm das ist auch das ist lustig es sind genau die gegenden wo wir schon gewesen sind bloß eben aus der sicht von dem jungen hier natürlich sehr abgefahren ist und irgendwie auch sehr cool er kann sie nicht ranhängen der gute kann er nicht wahrscheinlich ist es zu hoch na gut gehen wir hier runter ok ich weiß nicht wie weit man hier runter fallen kann wir müssen in die andere richtung jetzt also wir gehen diesmal jetzt gehen wir von rechts nach links warte mal kurz ab ich dachte ich könnte auch sammeln aber dumm von mir dumm verstehe ich gar nicht naja war ich auch nicht schnell genug ok also ich weiß nicht dass es es liegt leider an der begrenzung der switch ich glaube ich kriege mich darüber mehr auf als alle andere menschen aber warum spendiert man so einem gerät nicht ein bisschen mehr arbeitsspeicher wird doch alles viel einfacher machen ganz im ernst hätte nicht die welt gekostet jetzt nur mal der 16 gigabyte reingepallert hätte jetzt nicht die welt gekostet also von daher da hoch schaffen wir das noch das ist gemein ja noch kurz mal hier ich glaube das schaffen wir sonst nicht recht schnell aber wenn jetzt zurückkommt oh ja so ich muss gucken ob ich irgendwas hochnehmen kann ja das kann ich auch ok gut ich habe bei der türgarten auf und nur zu hoch gerade eben und kenne hier du wirst du 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 alles mit leicht in den gegenden die will abhauen wo willst du hin, mädel? Nimm ich mit okay, warte, wir müssen so machen warte, halt das nicht fest das müsste funktionieren toll, aber sie hat ja das Band mitgenommen, wo wird sie sich da abseilt oder so, vielleicht hängt das draußen ja noch Weiß es nicht Müssen wir den Mädchen folgen? Oder den Jungen oder was ist auch wahr? Man weiß es nicht Guck mal, hier konnte man beim letzten mal ein bisschen anheben war leider nicht gut genug, vielleicht können wir hier runter holst du deine Tür auf? Dann gehen wir auch mal durchs Loch rein Ui! Kleiner Sturz! Okay Ich bin wahrscheinlich, irgendwas kommt gleich Oh! Oh schnell! Achso, hier kann ich stehen, okay Dann müssen wir wahrscheinlich noch eine Kiste rüberziehen Oder welche? Ah, hier haben wir wahrscheinlich den Koffer eher, ne? Gut, holen wir uns den Koffer Äh? Wollen wir den Koffer? Ach! Äh, die muss noch schwimmbar gemacht werden So, ja So, ja So, gut, 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 gut Ein bisschen weiter rüber So, irgendwie ein paar Bretter Ja Wollen wir die rüber strecken, ne? Ja Taschenabbel liegt da Wollen wir die nehmen? Ah, perfekt Der andere hat ja Die haben die Taschenabbel, das ist ja auch nicht schlecht Die brauchen wir wahrscheinlich auch hier Irgendwie gar nichts Da Zwischenabdrücke Wollen wir wegleuchten? Ne Warte Ah Scheiße Laufen die vielleicht aufs Licht zu? Ne, das glaube ich nicht Ehrlich wieder Eigentlich oben an der Wand, denke ich, laufen sollen Ja, oder vielleicht Ich muss ja mal testen, ob die vom Licht abhauen oder ob sie kommen Ich glaube, die Das sehen den Dunkel ja genauso wenig wie ich Dann würden sie ja dann vorbei robben Eventuell Weiß man ja nicht Oh, fangen wir an Oh, fangen wir an Oh, fangen wir an Oh Oh Oh, und auf Oh, nach oben Oh, durch ihn Nein Nein Oh nein Fuck Ich frage, wo ich hin sollte Wo kann ich denn da hinlaufen? Hm, scheiße Oh, das nervt mich Oh, das nervt mich Und die Ladezeiten nervt mich Wenn ich jemals ein Programmierspiele Äh, ein Spiel programmiere Dann wird es keine Ladezeiten haben Ich werde es irgendwie hinkriegen Ja, irgendwie, aber es wird irgendwie klappen Wahrscheinlich wäre es so ein Spiel wie Snake oder Tetris Da gibt es keine Ladezeiten So, gibt es ja einen anderen Weg raus Irgendwie nicht, ne Oh, Mann Ach so, ich muss das Geht da hoch, glaube ich gleich, ne Okay Schaffen wir jetzt Man, 15. Anlauf Nein Tut mir leid für euch Wir sehen müssen, wie ich daran sterbe Ich komme mir so vor, dass es sehr schwierig ist Es gerade schon angestiegen ist Gleich zu Beginn Ich glaube es ist ein bisschen easy halt anfangen Leichter Einstieg Nun ja, so ist es Komm du So Ganze scheiße nochmal Oh Oh, guck mal Nein Oh, Mann Boah, so ein Hacker da Bleibt da hängen So ein Scheiß Boah Ah, vielleicht schneide ich das auch Ich schneide das genau so, dass ihr denkt, ich habe das in einen Rutsch geschafft Frustration, sage ich nur Echt gleich die erste Folge, ne Boah, ihr habt das Glück, ihr könnt ja jederzeit vorspulen Zack Später mal kurz 10 Sekunden vor, oder 20 Ich muss die ganze Scheiße hier abwarten So, nochmal Oh nein Oh, nein Oh, Mann Boah, regt mich das auf Was für Scheißviecher Mann Och Das ist doch kacke Denken sie sich denn Was denkt sich der Programmierer bei dem Spiel Mann Schmeißt gleich den Controller in die Ecke So Wenn ich es ausmache Ok, die kommt trotzdem Können wir sie ranlassen Ah Dann kommen wir hier jetzt nicht hoch Glaub ich Ich bin Ich bin Ich bin ich komme natürlich schon mal hoch es kommt irgendwas im wasser angeschwommen oder so wirklich was passiert nicht jeder kleine sex schön Schnauze, ich habe mir schon ein Licht an hier. Oh, da liegt jemand. Oh, das ist nur eine kleine Puppe. Nein. Aber klar ist da irgendwas kommt. Oh oh. Oh. Mann, Mann, Mann. Ich habe mir Glück gehabt. Das war schon nicht das einzige Mal, dass wir die treffen. Wieder Wasser? Ja. Längst. Oh, shit. Wo kann man hier längst gehen? Wo geht es da runter? Vor allem. Das ist wahrscheinlich da runter. Hier nochmal ein bisschen Wasser. Das ist voll barrikadiert mit diesem Schleim-Scheiß. Hm. Okay. Na gut. Versuchen wir die mal zu bewerfen. Oh nein. Nein. Oh nein. Wieso hängt der denn da so fest? Mann. Oh, ist das kacke. Mann. Das ist eigentlich eine Frust-Folge. Die Idee war schon mal ganz gut. Eine Dose am Kopf werfen und versuchen wegzurennen. Kacke, jetzt ist das denn immer, ey. Aber genau so muss man es machen, ne? Hinten warten, gleich mal außen rumrennen. Aber leider war ich zu weit oben, um reinzuspringen. Das war doch noch mal die ganze Scheiße. Vielleicht ein bisschen. Das ist ein Schleim-Viecher. Ja, vielleicht hier hinten. Hoch und rein. Boah. Ich weiß ja nicht, ob die herkommen. Mal lieber hinzu. Warte, ich hab nie das gehört. Oh nein. Oh. Was ist denn? So. Gucken, wo es hingeht. Ich denke, man muss ja auch aus dem Schiff hier rauskommen irgendwie. Ah. Okay, nee. So eine Seite? Kann auch nicht, okay. Ich weiß mal, was wir machen können. Hier ist nichts. Da kann man schon wieder hochladen. Ah, warte. Oh, jetzt kann man den bestimmt anschalten. Ah, jetzt füllt er es mit Wasser. Aber was gut oder schlecht ist, weiß ich gerade nicht. Ich glaube, dass das Viech da kommt und mich fressen will. Wie, wenn wir hier rüber gehen, dass wir hochladen können? Nee, das ist bestimmt nur so tief, dass ich da rein kann. Das ist ein kleines Loch rechts, ne? Okay. Wir müssen da rein. So. Okay, dann werden wir gleich mal rausladen hier. Hier jetzt halber. Ich bin noch nicht zu lange. Okay. Ich komme hier einfach rein. Okay, war ein bisschen easy, dass ich da jetzt irgendwie die... Ich glaube, hier schwimmt gleich das Viech wieder. Deswegen werden wir mal... Oh, starten hier. Hoch, hoch, hoch. Oh, fuck. Fuck. Ah. Das ist so, ich wollte... Ach, ich war so nervös. Ich wollte eigentlich nach oben, zu dieser blöden Tonne hier schwammen, oder dieses Brett. Das habe ich gesehen, ich muss wahrscheinlich nach unten hin. Ja, zu spät. Mann, 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 Mann. Also, so viel mal bin ich noch nicht einmal gestorben bei dem Spiel. Das ist jetzt wirklich rekordlich. Ich bin bestimmt schon zehnmal jetzt gestorben. Und es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Erzähl, aber wieso noch mal. So, bis zum Fall dahin. Okay. Vielleicht rüber aufs Sofa. Und dann. Okay. 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 Ach guck mal, da kommt eine Hand hoch. Hast du das gesehen? Ih, leh ich. Wir müssen da rüber. Und hier runterhüpfen wir einfach. Jetzt wird es eng. Weiß ich, da rüber zu schwimmen? Nein! Oh doch. 80 hoch. Alter Schwede. Ein Glück gehabt. So ein Rad, wo ich wahrscheinlich was machen muss. Ach guck mal. Ja das ist. Ok schwingen wir uns ein bisschen am Arm längs oder was? Nee. Shit. Das wird nichts. Das sterben wir jetzt. Ok ok ok. Da hab ich das Ding zu weit hoch gezogen. Dass man noch ein bisschen rumschwingen kann. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht brauche ich auch gar nichts mehr diesen Sack machen. Aber diesen Haken, das wissen wir aus dem anderen Teil, kann man auf jeden Fall dran rumschwingen. Wie es genau hier läuft, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Da kommen, da kommen. So. Ich glaube in der nächsten Pause. Wir sind ja schon in der nächsten Pause, sag ich schon. In der nächsten Pause, sag ich schon. In der nächsten Tod. In der nächsten, wenn ich gestorben bin, zähle ich mal. Gucken wir mal, wie lange das wirklich dauert. Ok. Dann sag ich mal, dass ich noch was hoch holen. Da. Da zieht das Ding gerade dran, wie man sieht. Noch stark genug sein. Was wollen wir hier machen, ist die Frage, ne? Da reinspringen? Ne. Och da. Oh nein. Oh, wieso komme ich da nicht hoch? Ich kann da hoch, aber. So weit oben bei der Kiste. Scheiße. So, wir ziehen jetzt mal die Ladesekunden. Derzeit. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 23. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Also wirklich, das Spiel klaut mir jedes Mal 30 Sekunden meines Lebens. Was wirklich jetzt und ist. So, jetzt müssen wir mal gucken, warum wir. Müssen wir das Ding über hochziehen? Ich weiß es nicht. Na komm, wir müssen die Kurbel nochmal. So. Wieder runter lassen. Was soll man denn damit machen? Soll ich auf jeden Fall rüber, das sehe ich schon mal. Wie komme ich da rüber? Pfff. Pfff. Ja machen. Oh. Was muss ich denn da machen? Ah, ok. Wo geht es mich besser? Hm. Wunderbar. Wow. Was geht mit mir? Ja. Warte mal. Warte mal. Dort bin ich ein Fisch, ne? Ah ok, warte. Guck mal. Warte mal. Oh, Alter, das war eine enge Kiste. So. Spannend bis zum Fallen, aber wir machen erst beim nächsten Mal weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.